Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem Format Erfahrungen in der Alternativmedizin. Heute das Thema Vergesslichkeit und Gedächtnisschwäche. Robert Kaczynski, herzlich willkommen, wieder mein Moderator, besten Dank. Grüß dich, Daniel, schön, dass du wieder da bist. Wann wird das denn zum Problem mit dieser Gedächtnisschwäche? Was war der andere Punkt nochmal? Vergesslichkeit. Danke sehr. Wann wird das denn zum Problem? Ich meine, dass man was vergisst, ist ja jetzt auch nichts Neues. Genau, also es ist ja die Frage, und das ist jetzt sehr individuell, wann stresst das? Weil es ja natürlich Menschen gibt, die mit sich selber sehr, sehr streng sind. Das heißt, es gibt eine natürliche Art, vergesslich zu sein, weil das ist ja in der Natur gegeben. Das hat ja auch damit zu tun, dass wir all diese Probleme und Erinnerungen nicht immer präsent haben wollen. Wir wollen ja so wenig möglich alte Gedanken übernehmen. Und deshalb ist das ja von der Natur her gegeben, dass wir vergessen. Es hat ja auch damit Verzeihung zu tun und all diese Sachen, die müssen wir haben. Aber wenn du streng mit dir selber bist, hast du so deinen Anspruch im Bereich, sagen wir so ab 45, fangen die meisten Menschen an, so gewisse Sachen einfach zu vergessen. Und das Vergessen ist ja das kurzfristige und die Gedächtnisschwäche ist das eher langfristige, dass du also das nicht mehr holen kannst. Vielleicht ist wichtig, dass man mal versteht, wie funktioniert das? Also wir haben im Hirn, haben wir den Hippocampus. Das ist eigentlich der, der alle Informationen sammelt, die mit Erinnerungen zusammenhängen. Und dies verbindet sich mit der Antimaterie. Das heißt, alle Gedanken, alle Erinnerungen, fast alles ist in Bildern gespeichert. Also wir sind sehr, sehr visuelle Menschen. Natürlich gibt es Menschen, die haben das auch in Gerüchen und in Gehörten. Aber die Erinnerungen sind meistens Bilder. Deshalb macht man das auch in vielen Therapien mit Bildern wieder, um das wieder zu holen. Und das holt man dann aus der Antimaterie, das geschlüsselt ist für dich, wieder in den Hippocampus zurück. Das ist eigentlich der Weg. Und jetzt muss man sich überlegen, hat es jetzt, dass du das nicht kannst, mit der Antimaterie zu tun oder hat es mit deinen Antennen im Hippocampus zu tun? Und das ist ganz klar, das ist das Zweite. Deine Antennen haben nicht mehr die Sendekraft oder nicht mehr die Empfängerkraft, das Ganze zu holen. Das heißt, wir können weder kurzfristig im Hippocampus das herholen, noch können wir es langfristig wieder aus der Erinnerung zurückholen. Das sind die beiden Vorgänge. Weil das kurzfristige muss nicht sofort ausgelagert werden, das hat noch Platz. Das wird ja dann in der Nacht über die REM-Phase abgelegt in der Antimaterie. Das heißt, jede Nacht ist die Erinnerung wieder geleert. Das ist wie, wenn du den Speicher wieder löscht. Du löscht ihn nicht komplett, weil es ist ja so, dass wenn du am nächsten Morgen aufstehst, am ganzen Tag machst du wieder 95% von gleichen Gedanken wie gestern. Das heißt, du hast viele Sachen im Moment einen REM-Speicher, wenn du so willst. Die holst du immer wieder, aber alle die Sachen, die du nicht brauchst, die dich belasten, die legst du dann irgendwann, entscheidet dein Hippocampus das abzulegen. Jetzt genau dieser Vorgang, der innerhalb des Körpers nicht funktioniert, ist gestört. Haben wir also eine Vergesslichkeit, hat das innerhalb des Hirns zu tun. Das heißt, die Information bis zum Hippocampus und wieder zurück, haben wir mit Gedächtnisschwäche zu tun, hat es damit zu tun, dass der Hippocampus die Energie mit den Antennen nicht mehr hat, um nachher in die Antimaterie die Information holen zu können. Und in beiden Fällen haben wir natürlich einerseits mit Durchblutung zu tun, aber hauptsächlich auch haben wir damit zu tun, dass die Elektronen nicht mehr richtig fließen, wenn wir natürlich mit der Antimaterie in Verbindung gehen, ist der Empfänger immer ein Elektron. Das heißt, das Quant, das von der Umgebung kommt, das die Bilder, die Gerüche und die Erinnerung dir bringt, wird gelesen von einem Elektron im Hippocampus und wird dir dann weitergeleitet über die Elektronen des Hirns, über die Nerven und dort wird es dann verarbeitet in den verschiedenen Arealen, wo du dich wieder erinnerst. Also heißt das, wir müssen therapeutisch diesen Fluss der Elektronen wieder unterstützen und da ist eigentlich die Hauptfrage, ja, was stört eigentlich? Das wollte ich jetzt gerade eben fragen, du warst so extrem jetzt tief in dem Thema drin, wie absoluter Guru. Ich habe in Verbindung, klar, es war auch in Verbindung mit Demenz, was natürlich eine höhere Stufe ist, aber ich denke mal, die beiden Punkte sind ja so eine Vorstufe schon irgendwo dahin. Absolut, es muss als Vorstufe von Demenz verstanden werden. Und in diesem Zusammenhang, ich meine, anhand der Studien ja auch so, was man gesehen hat, was man ja forscht hat, waren ja häufig auch Schwermetall oder Leichtmetall in Verbindung. Absolut. Wie sind die Erfahrungen bei deinen Klienten? Ist das ein Thema, was im Zusammenhang mit der Gedächtigschwäche zum Beispiel zu tun hat? Absolut. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, alle haben Schwermetallbelastung, aber alle haben ganz sicher Leichtmetallbelastung. Das ist mal fast zu 100 Prozent. Die Frage muss ja dann umgekehrt stellen, sind es die Leichtmetalle, die diese Verbindung konkurrenzieren oder stören? Und da kann man sagen, wenn man die Frage so stellt, also umgekehrt, das heißt, was stört, sind die Leichtmetalle, also Aluminium und so immer praktisch beteiligt. Die Schwermetalle müssen nicht, aber sind in vielen Fällen natürlich beteiligt. Aber was wir völlig vergessen ist ja, wir haben ganz verschiedene, auch giftige Stoffe in der Umwelt, die immer mehr natürlich die Stoffwechselprozesse auch stören, wo dann die Funktion später dann im Fettstoffwechsel nicht richtig passiert. Und da denke ich besonders an die Phosphate, weil die Phosphate da natürlich eine sehr wichtige Rolle spielen in dem ganzen Bereich, dass ja viele, viele dieser Gedanken auch über Fett transportiert werden. Das heißt, der Fett, der Transporteur der Elektronen ist. Da muss man immer denken, als Beispiel jetzt Glyphosphat ist etwas sehr, sehr Schädliches in diesem Bereich. Und wir dürfen nicht vergessen, auch die Xenoöstrogene, das heißt, die östrogenhaltigen Gifte aus PET und so weiter, die stören genauso, weil die ja auch im Fett drin gelagert sind. Und wir haben immer die Tendenz, einen Schuldigen zu finden, oder? Und dann haben wir gerne Schwermetall und dann schießen wir mit allen Kanonen auf das Schwermetall. Und das giftige Glyphosphat, das ja eigentlich über die Fette wirkt, das Xenoöstrogene und viele andere Gifte, die über die Fette wirken, chemische Gifte, interessiert keiner. Aber nein, die sind genauso schlimm und die stören natürlich genauso, weil man nämlich immer wieder vergisst, dass die meisten Elektronen, also die Elektronengeber, meistens im Fett drin sind. Und wenn du die Alzheimer-Krankheit und alle Krankheiten siehst, hast du immer eine Nervenkrankheit, die kombiniert ist mit einer Oxidierung der Nervenfette. Also hat das eine hohe Korrelation, dass der Elektronenmangel in den Fetten rund um die Nerven sind. Man muss wissen, jeder Nerv ist mit einem Fettmantel umgeben und der Fettmantel ist immer mit einem ganz kleinen Abstand da. Das heißt, du hast nicht durchgehend einen Fettmantel. Das heißt, der Fettmantel ist immer unterbrochen, damit die Elektronen rüberspringen können. Und das Interessante ist, wenn du den Fettmantel der Nerven verbindest, also wenn du jetzt da eine Entzündung hast und du verbindest, ist der Nerv deutlich längsamer, als wenn er einen Abstand hat. Das heißt, der Elektronensprung von der einen Hälfte, wo Fett ist, und zur anderen Hälfte, wo Fett ist, der Elektronensprung dynamisiert die Geschwindigkeit und ist besonders jetzt im Bereich der kurzfristigen Vergesslichkeit sehr, sehr entscheidend. Es ist auch so, dass wenn wir Neuropathien und solche Krankheiten haben, haben wir immer das als Problem, dass es nicht mehr springt und dass eigentlich diese Verbindung durch die Oxidation der Fettummantelung der Nerven passiert ist. Und da müssen wir und vergessen wir immer viel, dass genau diese Gifte, über die niemand redet, in solchen Situationen enorm wichtig sind und dass man diese genauso entgiften muss, wie man auch Schwermetalle und Leichmetalle entgiften muss. Also es muss immer ganzheitlich gedacht werden. Und wenn wir kinesologisch arbeiten, haben wir ja unsere Produkte, die wir kennen. Wir arbeiten so mit drei, vier verschiedenen Entgiftungswellen und automatisch, wo der Klient in Resonanz geht nach dem Testen, bei einer Vergesslichkeit oder bei einer Vorstufe einer Demenz, merken wir sofort, hallo, wir müssen mal im Groben zuerst entgiften, dann müssen wir vielleicht die Nerven speziell entgiften, dann müssen wir vielleicht mit liposomalen Produkten entgiften und ganz am Schluss müssen wir erst das Schwermetall entgiften, weil wenn wir das zuerst rausnehmen, kommt so viel Müll mit, dass der Körper völlig überfordert wäre. Also bei solchen Themen, die ja ganz heikel sind, wir wollen ja ein Hirn und ein Hypocampus sauber machen, muss man ganz vorsichtig sein, da kann man nicht einfach reinschmeißen, was man will, weil das kann total schief gehen. Ja, du hast ja schon die Therapiemaßnahme, wenn ich gerade wissen wollte, was ja alles wunderbar erklärt. Wie sind denn jetzt die Erfolge bei den Klienten? Also es ist so, dass das Interessante an der ganzen Geschichte ist, dass wir die Gifte rausbekommen, dass wir im Prinzip den Stoffwechsel wieder mit sehr hohen Resultaten verändern können, aber wir haben ein ganz grundsätzliches Problem, dass niemand in der ganzen Medizin darüber redet, ist, dass eigentlich Nervenkrankheiten das Schlimmste ist, was es gibt. Und weil die Nerven können nur repariert werden. Und die Nerven können wir nicht reparieren, sie müssen sich selber reparieren. Da arbeiten wir jetzt mit liposomalem Resveratrol und solchen Sachen. Und bis zu einem gewissen Punkt geht das. Und das heißt, deshalb mache ich ja solche Sendungen, das heißt, wenn du Vergesslichkeit hast und du spürst, es fängt mich an zu stören, dann ist das der Punkt, wo du dir mal fragen solltest, bin ich ein Kandidat für einen Alzheimer in 20 Jahren? Und wenn du dir diese Frage nicht stellst, dann verpasst du einfach den wichtigen Moment, dich in dem Moment noch gesund zu machen, wo dein Körper das noch kann. Und es ist halt so, dass sobald das nicht mehr geht, das heißt, wenn diese tausenden von Kilometern Nervenzellen bis überall im ganzen Körper verteilt diesen Sprung nicht mehr sauber machen, wenn das Fett nicht mehr genug gesund ist, wenn im Hirn diese Elektronen nicht mehr genug fließen und keine Verbindung mit der Antimaterie machen können, dann haben wir das Problem, dass wir das nicht mehr flicken können. Dann musst du eine Nanogampomatte nehmen. Wir sind ja jetzt in den Testphasen mit solchen Menschen, die solche Probleme haben, oder? Und das Resultat ist genau das, was ich erwartet habe. Wir sind noch nicht ganz am Schluss in der Testphase, aber es ist, wie ich erwartet habe, sofort eine Verbesserung. Aber wir wissen nicht, ob das der Körper dann wirklich bis am Schluss schafft, weil das wirklich abhängig ist vom Schweregrad. Und wir haben jetzt Fälle, wo es nicht um Demenz geht, wo es wirklich um starke Vergesslichkeit geht. Und da sind wir natürlich gespannt, wie viel besser wird es dann? Wie viel kann der Körper noch reparieren? Weil das ja immer die Haltung des Klienten ist, mach mich gesund. Und ich immer wieder in den Sendungen sage, mach dich selber gesund. Weil mach es frühzeitig und dann klappt es, dann kann es dein Körper noch. Und denk dran, wenn du spürst, dass etwas nicht stimmt, ist es ja kostenlos, mir mal ein Mail zu machen und zu sagen, hallo, besteht da eine Gefahr für mich? Muss ich da was tun? Weil der Körper weiß das. Und wenn du natürlich in der ganzen Familie schon jeder zehnte irgendein Demenzproblem gehabt hast oder jeder fünfte, dann kann es ja mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sein, dass du eben mit der heutigen Zeit, und in der heutigen Zeit ist es so stressig und so viel Umweltgifte, so viel Elektrosmoggifte, dass diese Krankheiten, diese Demenzkrankheiten, immer, immer, immer häufiger werden und keiner sagt die Wahrheit, dass das alles zu einem hohen, hohen Prozentsatz verhinderbar ist, wenn man die Anzeichen frühzeitig erkennt und was tut. Ja, man verliert ja auch Kunden. Das geht natürlich jetzt auch nicht. Wenn man da jetzt aufklären würde... Ich spreche ja jetzt nicht für die Therapeuten, die da jetzt Geld verlieren, sondern ich spreche natürlich für die Klienten, die dann in 20 Jahren ein definitiv unlösbares Problem haben. Weil Demenz, und das habe ich ja in anderen Sendungen auch schon gesagt, ist definitiv nicht mehr lösbar. Da weiß ich, selbst die Nanocampo-Matte wird aus einem dementen Klienten keine Gesundheit mehr machen. Es wird ihm helfen, aber es ist einfach zu spät. Es gibt viele solche Situationen und besonders jetzt in den Nervenkrankheiten, wenn es zu spät ist, dann kann man nur noch helfen, aber nicht mehr heilen. Der Körper kann es nicht. Ja, aber immerhin gibt es eine Verbesserung. Ja, das ist klar. Ich denke, wenn sich das Leben dahingehend verbessert, dass man noch ein gutes Leben führen kann. Absolut, absolut. Aber die Erwartungshaltung ist immer das Hauptproblem beim Klienten. Vielen Dank, Daniel. Bis zum nächsten Mal. Auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Also ich habe jetzt ein kompliziertes Thema versucht, Ihnen zu erklären, wie das funktioniert. und ich hoffe, ich konnte Ihnen weiterhelfen und ich hoffe, ich konnte Sie auch animieren, frühzeitig mal ein Portrait zu schicken. Sie finden mich auf www.selbergesundwerden.com. Besten Dank und bis bald und tschüss und auf Wiedelurge. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020